Die wird immer enger Hilfe Oh Gott, was? Ähm, warum guckt Pepe mich an? Okay, wieso ist hier ein Pepefrosch in den Backrooms und wieso guckt er mich zuckelnd an, mit zuckelnden Augen? Kann ich in seinem Maul schwimmen? Ne, ne? Okay Ähm, was? Du guckst mich mal nicht an, ne? Ich bin mir ehrlich so gar nicht so sicher. Was ist das denn? Wieso gibt's denn ein Frosch-Level? Kann man die anlecken und dann ist alles vorbei? Okay, ich glaub, der guckt mich auch an. Was ist das für eine Wand? Ja, welche Textur nehme ich mal? Ach, ist doch egal. Was ist das für eine Wand? Okay, ihr kommt aber nicht hinterher. Ich geh einfach mal raus. Was soll jetzt noch passieren? Das ist ja die große Frage. Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Oh, wie süß das hier ist. Guck mal. Mit Pac-Man-Geistern und so. Einen kleinen Wölkchen. Das ist schon ein süßes, süßes Abteil hier. Okay. Hör doch auf mit so einer Scheiße, Mann. Was war das denn? Hör doch auf. Das muss nicht sein. Oh, hab ich mich erschrocken. Wegen so einem Kack hab ich mich erschrocken? Mann, ey. So, nee, ich geh da jetzt nicht rein. Obwohl wir müssen, ne? Weißt du was? Ist egal. Ich geh da jetzt. Weißt du was? Ist doch egal. Ich geh da jetzt. So. Hier kann nichts mehr passieren. Jetzt sind wir sicher. Wir haben alles hinter uns. So. Dann nehmen wir mal, weißt du was? Hier. Okay, da geht's eh nirgendwo hin. Ich bleib mal im Wasser. Das sind schöne Rutschen. Äh, hier geht's glaub ich weiter, ne? So. Okay. Okay, gegen die Geister hab ich nichts. Ich hoffe nur Pac-Man kommt nicht. Weil der frisst ja einfach alles. Pac-Man ist das wahre Monster. Weißt du was? Hier geh die Treppen runter. Nö, jetzt will ich doch rutschen. Jetzt rutsch ich mal. So. Juhuuu. Au, mein Arsch. Au, mein Arsch. Au, mein Arsch. Au, direkt auf die Fliesen. Direkt auf die Fliesen. Okay, wir können hier auch. Glaube ich. Wir können theoretisch hier ins Becken rein. Aber warum sollte ich das wollen? Ich geh hier lang. Warum um Gottes Willen soll das überhaupt jemand wollen? Hier ist aber auch nicht viel besser. Ich weiß nicht wo ich... Ich hab keine Ahnung. Da ist ne Leiter. Okay. Hier wär ne Rutsche rausgekommen. Wir kommen also auf jeden Fall in diesem Raum an. Egal wie wir gehen. Also geh ich mal da drüben. Hier sind auch überall Rutschen die ankommen. Okay, warte. Hallo? Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Ich habe das erwartet diesmal. Drecksack. Oh. Hallo? Okay, will ich da rein? Ja, weißt du was? Ich will da rein. Na klar will ich da rein. Achso, geht gar nicht. Hä? Aber ich will... Aber ich will... Aber ich will doch... Ich will doch rutschen hier. Ich will auf dem Ding da rutschen. Das geht nicht. Ist das Bodyshaming? Ist das Bodyshaming? Muss ich ne Kampagne starten? Ha. Frech. Okay, ich kann also... Das kann ich nicht. Na gut. Da geht's runter. Und da geht's rauf. Hör auf mich anzugucken. Ich geh nach oben. Das ist der richtige Weg... Was? Okay. Geht trotzdem. Ähm. Ich darf so ein Schrittzähler. Oder vielleicht ein Datum. 28.11.2002. Es ist 1.73 Uhr. Oder 173 Uhr. Ja, es ist wahrscheinlich die Schuldenuhr. Okay. Weiß nicht genau warum. Oh, das ist ein Timestamp. Keine Ahnung. Könnte auch ein Timestamp sein. Ich hab... Ich weiß aber nicht. Okay, das ist cool. Da unten ist ein Schaukel. Und da ist ein Kinderspielplatz generell. Okay. Ich geh lieber nach oben. Wir müssen... Eigentlich müssen wir in den Backrooms ja nach oben. Nicht nach unten. Ich weiß aber nicht, ob das hier so stimmt. Ich hab keine Ahnung, wo wir hinkommen. Kommen wir überhaupt irgendwo hin? Weißt du warum mich das erinnert? An die Vault. Live in the Woods, die Vault. Daran erinnert mich das. Oh... Oh shit. Oh shit. Aber vielleicht können wir eine Arschbombe machen von hier aus. Und hier ist auf einmal alles... Okay, wir können keine Arschbombe machen. Under Construction. Mhm. Kann ich hier irgendwie durch? Wet Floor, Wet Floor. Caution, Caution. Ich... Ich komm hier leider nicht durch. Ich würde wahnsinnig gerne hier runter springen. Ins Wasser. Aber das geht leider nicht. Shit. Okay, warte. Ausgerechnet hier ist eine fucking Reling überall und wir können ja nicht mal drüber steigen. Weil wir einfach unfähig sind. Leute, die in den Backrooms festhängen, sind generell unfähig auch nur irgendwas zu tun. Das ist wie bei... Wie bei Geralt, der an jedem Bordstein stirbt. Das Level von Fähigkeit haben wir. In den Backrooms. Und... Wir sind gleich... Gleich haben wir's. Was für eine tolle Entscheidung. Moment... Der ist immer sehr aufgeweckt da drüben. Okay, das Wasser war ein bisschen flach gewesen hier. So, bitte keine Hihihis. Ich kann nicht an den Geräten spielen. Das prangere ich an. Bewegt sich einer von denen? Ne, ne? Ich hoffe nicht. Ich kann keins von den Dingern nutzen. Warum schreiben jetzt alle Hihihi? Hört doch auf jetzt. Ihr wollt die Welt nur brennen sehen. Das ist alles. Warte, ich geh... Okay, nichts. Warte, ich geh zu dem hier. Okay, auch nichts. Okay, das ist Wasser, ne? Ist das so Kopfmassage-Dinger? Ich geh da mal rein. Ciao, Leute! Oh, ich hasse sowas! Lasst mich bloß in Ruhe! Lasst mich bloß in Ruhe! Kommt nie wieder in mein Leben! Ich hoffe, Pac-Man frisst die alle! Pac-Man auf Pillen, der wird sich kümmern. Der kommt nach mir, der wird sich einfach kümmern um alle. Und ich Idiot habe ich noch umgedreht... Umgedreht... Aber hier geht's nicht weiter, ne? Hier ist einfach nur so... Hier wäre man vielleicht irgendwann... Doch, warte mal. Da hinten geht's weiter. Da ist versteckt. Warte. Das hier war versteckt. Oh, okay. Hier ist auch so ein Gesicht. Okay... Jaaa... Ich will nach Suburbi... Es war in diesem Moment, wo Sony und Warner Brothers sich um den Claim gekloppt haben. Wer darf es zuerst claimen? Wer ist der Erste? Okay... Und alle! Ich muss an Lurio denken! Okay... Ich hoffe, wir kommen nach Suburbi... Was ist denn hier los? Ist das ein Bällebad? Das ist ja geil! Da ist ein Bällebad! Cool! So... Schnuppdi, schnappdi, schnauftdi... Schnuppdi, schnauftdi, schnauftdi... Ah, ich bin froh, dass wir so... ...durchkommen. So... Nee, ich geh zur Pflanze. Die Pflanze ist mal was Neues, da will ich mal zur Pflanze gehen. Pepe haben wir schon ein paar Mal gesehen, der guckt uns immer so komisch an. Ich geh zur Pflanze. Die ist aber bestimmt aus Plastik, weil hier unten wächst wahrscheinlich nix, ne? 100 pro aus Plastik. Noch mehr Pflanze... Hier ist so ein Film auf dem Wasser. Ehhh... Ist das Staub oder wat? Ja, oder vielleicht so Sonnenöl von ehemaligen Leuten, die hier durchgelaufen sind. Braucht man ja eigentlich einen Lichtschutzfaktor? Wahrscheinlich eher nicht, ne? So... Dippititappitidoo... Ich hoffe, das war Foreshadowing. Ich hoffe, wir kommen noch nach Suburbia. Da würde ich mich freuen. Da, 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 da... Zum Glück ist es gerade wieder sehr entspannt. So mag ich das. Einfach so ein langweiliger Walking-Simulator. Geil. Ho... Da kann einem nichts passieren. Und vor allen Dingen, ich schwimme die ganze Zeit. Das ist gut für die Brustmuskulatur und für die Arme. Für die Pumpe natürlich auch. Voll gut. Wir machen gerade nur Gutes. Ein schönes... Workout. Okay, ich bin ehrlich, wenn Wasser rutscht und so anfangen, ist das, glaube ich, ne Scheißidee, ne? Arschbombe. Jibiii! Ja, hallo? Jibiii! Jibiii! Ach du Scheiße! Oh Gott, die gucken einen hier alle an. Hallo. Na ihr Süßen. Aber wenn die einen angucken, leben die halt auch, ne oder? Sind das vielleicht die die vor uns hier waren? Ok, die Augen drehen sich zum Glück nicht nach hinten. Oh, so ein Pilz kenne ich auch noch, wo so Wasser runterkommt. Die kenne ich auch noch. Aus Braunschweig, bei der Ilmenau-Schule, da in der Nähe, da gab es immer so einen Wasserspielplatz, da gab es nur eine Pilze. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Wenn wir hier so langsam schwimmen und es gibt hier so mehrere Abzweigungen, werden wir gleich verfolgt von irgendwas? Ich will es nicht beschreien, aber ich gehe erst mal hier lang. Der Wasserspielplatz steht noch, ja geil. Okay, da geht es gar nicht weiter. Okay, da freue ich mich aber. Aber das Schwimmen bei Gliesemau-Rode soll dicht gemacht werden, habe ich gelesen. Da gibt es gerade eine Petition. Weißt du was, ich gehe mal dahin, wo es dunkel ist. Ich gehe mal nicht zum Licht, ich gehe mal dahin, wo es dunkel ist. Das scheint mir die bessere Variante. Wir gucken mal, was da ist. Wir schauen mal. Das ist bestimmt die bessere. Okay, es ist gar nicht dunkel, man hat die Lichter nur nicht gesehen, cool. Sehr, sehr cool. Yippie. 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 Ähm. Y. Yippie? Oh nein. Oh nein. Hier sind noch über diese scheiß Geister. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hoffentlich macht keiner hihihi. Da geht's auch nicht hinter. Hört auf hihihi zu schreiben. Da müssen wir rein, ne? Ich glaub da müssen wir rein. Okay. Oder? Ich. Ich seh nichts. Okay, da müssen wir nicht rein. Wo müssen wir denn hin? Es sucht... Halt die Schnauze! Dummer scheiß Geist! Hier müssen wir hin. Wir haben's zum Glück gleich gefunden. Ich hoffe, die Ghostbusters kommen morgen. So. Und da oben ist Licht. Jetzt geh ich da hin. Jetzt geh ich da hin, wo Licht ist. Jetzt ist es okay. Guck mal, wie schön hell das ist. Da wollen wir hin. Das ist auch so schön hell. Hier. Aber hier ist richtig... Oh ja, das... Oh ja, endlich. Hm, ist das schön hier. Und der Balken steht über den Rand. Das ist ja fürchterlich. Ähm... Hier geht's nicht weiter. Oh oh. Wir sind wieder gestorben. Da, wo's nicht weitergeht, sterben wir immer sofort instant, wenn wir das Wasser berühren. Anderswo können wir schwimmen, aber nicht da, wo's nicht rausgeht. Interessant. Zum Glück. Okay, hier ist der falsche Raum. Von da kamen wir. Nee. Lasst mich in Ruhe. So. Gut. Die bleiben da. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Ich bin überzeugt. So. Ich glaub, wir haben die gleich die... Die Geister haben wir hinter uns gelassen und dann kann jetzt quasi nichts mehr... Oh, ich hab's gewusst. Ich geh mal nach da hinten. Ciao. Oh, ich hasse sowas. Es ist ja eigentlich überhaupt nicht wild, aber ich hasse es einfach. Genau wie Puppen. Die einen mal angucken. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn zig Leute euch einfach zuschauen die ganze Zeit? Und widerlicher Gedanke. Oh. Bah. Nichts ekelt mich mehr an. So, sind die noch da? Nee, die sind nicht mehr da. Okay, gut. Oh. So. Ich glaub da hinten aber... Kommt da hinten überhaupt irgendwas? Doch, da geht's rechts rum. Okay. Aber zumut macht der keinen Hihihihi. Okay. Oh, wir können die... Wir können die wegschieben. Das ist ja süß. Aber erreichen kann man damit nix, ne? Kann ich ihm so... Kann ich ihm so'n Rosenblatt ins Maul schieben, dass er was zu essen hat? Guck mal, warte. So, gucke. Der macht doch die ganze Zeit... Hamjamjamjamjamjam. Gucke. Warte. Äh. Tatsächlich! Das geht? Warte mal. Das könnte ruhig ein Achievement geben, finde ich. Jetzt muss ich aber gucken... Also, jetzt will ich ja mal füttern. Aber ich finde, das soll ein Achievement geben. Wenn das kein Achievement gibt, dann bin ich wirklich enttäuscht. Halt. Da. Nein. Ähm. Okay, es geht nur einmal. Oh, das war ein Bug. Vielleicht... Okay. Vielleicht war es ein Bug. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Bug. Ich weiß es nicht. Na gut, tschüss. Warum sieht die immer so bekifft aus hier? So. Okay, cool. So. Oh. Was ist das denn da drüben? Das sieht ja fantastisch aus. So. Mal gucken mal. Flomp. Okay. Ich nehme diese hier. Shit. Geronimo. Au. 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 Oh Gott. Was? Okay, das ist ja geil. Yeah. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Geil! So... Kennt ihr alle der Weiße Hai? Ja, ne? Kennt man bestimmt. Hat man nicht unbedingt gesehen, aber man kennt den Namen zumindest. Und ich hab mir immer gewünscht das irgendwann mal so ein, ich weiß nicht, so Karate-Film oder irgendwie so ein Kung-fu-Film rauskommt Und der heißt dann, äh, der heiße Wei. Ich weiß nicht warum. Ich fand, fand ich irgendwie gut. Der heiße Wei. Und ich hab mir vorgestellt, Wei einfach durchtrainiert und macht erstmal fett Kung Fu. Ja? Fände ich irgendwie cool. Aber leider kam das nicht. Ich weiß noch nicht, ob Wei ein Name ist. Ich hab keine Ahnung. Das mit dem Bällebad war mega geil gerade. Voll gut. Und jetzt kommen wir... Wohin kommen wir jetzt? Ins Rotlicht für... Okay, das ist... Nein, besser nicht. Das hab ich falsch interpretiert mit dem Flur. Das sah aus wie ein Bordell, aber ich bin ganz ehrlich, das sieht nicht... Das sollte keins sein. Wenn ich mich hier so umschaue, wäre das ganz kritisch. Okay, es ist also die Abteilung für Kinderspiele? Ich... Was? Okay... Win... 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 Woher weiß Gronkh, wie ein Bordell aussieht? War ein Witz. Ich glaube nicht mal, dass die ansatzweise so sauber sind wie hier. Aber ich... kenne mich nicht aus. Vielleicht gibt's ja auch irgendwelche Vorschriften. Oh, in der Schule! Familiar place. This place seems familiar. Hab ich gerade Achievement bekommen. Dieser Raum kommt uns bekannt vor. Wieso kommt uns dieser Raum bekannt vor? Ist das so aus so'n... Ist das vielleicht aus unserem Leben eventuell? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht sind sie Erinnerungen von uns. So, okay. Da sieht gut aus. Da gehen wir hin. Ach du Scheiße. Oh Gott. Äh... 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 Ich bin sicher, hier hinter lauert jetzt unsere Erlösung. Wir sind jetzt frei. Das sieht richtig fürchterlich aus. Oh, das ist für die, äh... Für die lieben Kleinen. Das sind Spielplätze für die lieben Kleinen. Nein, danke! Ich habe heute schon geschissen. Vielen Dank! Äh... 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 Das ist mal eine sehr große Lampe. Aliens! Aliens! Kann ich da runterspringen eigentlich? Was passiert, wenn ich da runterspringe? Tyronimo! Wo bin ich jetzt? Achso, ich dachte schon, ich bin irgendwo im Wasser. Okay, ich bin nirgendwo gelandet. Ich bin einfach direkt an seinen Schritt gesprungen. Ich bin's, Timi Tampon! So, okay. Aber... Ich wurde nicht akzeptiert. Huiiii! Ja! Bälle Bart! Bälle Bart, die Zweite! Oh nein, mit Geistern! Oh nein, leckt mich am Arsch! Weißt du, wie es hier aussieht? Hier sieht's aus wie in der Folge King of Queens, wo da Käffernin bezichtigt wurde, Müll gegessen zu haben. Oder... Sachen aus dem Müllcontainer gezogen zu haben. Irgendwie sowas. So sieht's hier aus. Das ist genau... Schnauze! Was, Digga? Was? Komm her! Komm, Digga! Komm! Okay, warte. Die drehen sich dabei ja um. Die machen das, wenn die sich umdrehen. Wieso kleben hier... Wieso kleben hier... Wieso kleben hier... Bälle an der Wand? Wenn ich mich wegdrehe, dann dreht er sich. Okay, der kleine Schlingel. Warte mal, kann... Ja, 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 ja! Kann ich hier nochmal Bälle an die Wand machen? Warte mal, der bewegt sich, oder? Ne, doch nicht. Der dreht sich nur. Ich dachte gerade. Okay. Jojojojo, ciao, 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 ciao! Jojojo, jojo, 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 jojo jojo. Okay, da geht es irgendwie runter. Aber wir müssen da runter. Plumpf. Na, zum Glück gibt es jeweils Ausgänge. Sooo... Okay, und wieder. Wohin denn jetzt? Oh, ich bin am Sonic Level. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da geht es irgendwo hin, aber da geht es halt auch irgendwo hin. Na, wir schauen mal. Springen können wir nicht. Okay, geht es nirgendwo hin. Ich dachte gerade, oh cool, ich habe die Wahl, wo ich hingehe. Hab ich auch mal nicht. Hab ich mal wieder nicht. So, warte, warte, dann gehen wir mal hier rüber. So. Wir sind immerhin von den Pools draußen. Okay, die Tapete reflektiert hier sehr. Okay, wir müssen hier lang, glaube ich. Was? Wird das hier ein Labyrinth? So. Da geht es, oder geht es da runter? Hä? Warum ist es hier einfach immer so dunkel? Ähm. Hm. Von da kamen wir. Oh Gott. Oh, jetzt ist das widerlich hier. Oh Gott, meine Augen. Oh Gott, meine Augen. Oh. Komm zu mir ins Spiele-Labyrinth. Komm. Komm. So, warte, jetzt aber, schluss mit Lustig. Okay. Hier sind Julien Bärms Bohnen an der Wand. Tipp, 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 tipp. Und nochmal ein Bällebad. Mir gefällt die Farbe hier. Die ist richtig frohlockend. Ähm. Was war denn das? Nh�en so versberries? Das Primary. Und drin. Bis zum Beispiel Franklin was. Bis zum Mal. Bis zum Beispiel. Vielen Dank.